jetzt geht es weiter mit dem 47. Teil des Minecraft-Lead-Plates ich bedanke mich auf die 47. Abonnenten das eine Video war mit dem Aufzug zu mehr Aufrufen, Likes, Dislikes, so habe ich es unbenannt gerufen warum bekomme ich so wenig Aufrufe, obwohl ich viele Videos mache ich hab zwar 47. Abonnenten, aber 47. Aufrufe kriege ich so gar nicht auf meine Videos woran liegt die Daten würde ich jetzt sonst eher auf dem Video sagen warum bekomme ich wenig Aufrufe so langsam kommen Abonnenten, aber ich werde das Video erstmal nicht entfernen genauso auch nicht wie das letzte Teil 46, wo jetzt auch schon wieder ein Daumen nach unten drauf ist da sind zwei Aufrufe, ein Daumen nach oben und ein Daumen nach unten weil ich frage mich, wer hat den Daumen nach unten gegeben weil ich hab das Video jetzt gerade eben kurz bevor ich die Aufnahme zu starte habe und das Video in die Playlist aufgenommen Videos mit Dislikes da sind jetzt 42 Videos drinnen oh der letzte Kopf da rum ich hab hier noch mehr Schwarzeichen ich weiß auch nicht warum ich die hier züchte hier nenne, das ist Fichtenholz aber ich möchte ja einfach mal immer mal was bauen aus dem Holz jetzt noch die letzten Holzstücke abschlagen acht Stücken, ne das ist das Fichtenholz, das hier ist das Schwarzeichenholz und weit ist die Getreidefarm die Kühe sind die jetzt weit, nein die sind noch nicht fertig au was habe ich hier alles drin die Kürbisse kommen weg Steak, habe ich hier ein ganzes Stück 31 Goldbahn, nein Eisenbahn Kies Bruchsteine kommen oben rein hier hinein ich kenne mir, ich kenne mich mit ich kenne mich mit ich kenne mich, das sieht auch nicht ganz gut ich kenne mich, komm komm was du da was ich hier eigentlich noch mal in einem sandigen Gebiet gehen wollte ich würde hier mal gucken wo Sand ist ich glaube auch hier direkt von der Haustür ist auch Sand und dann kommen wir auch hier Schaufeln. Hier müssen wir eine neue Eisenschaufel machen. Ups, ich muss jetzt mal hier etwas Dicks machen. Eisenschaufeln, dann kann ich hier noch ein bisschen... Ah, da sind dick zu viel gesetzt worden, deswegen gibt es die nicht. Ah, jetzt gucke ich mal hier noch ein bisschen nach Sand. Für die Pyramide braucht ja noch eine Menge Sandstein, aber hier muss das vielleicht ein bisschen Sand sein. Das ist alles eine Erde. Und hier ist der Weg auch vorbei. Und jetzt ist die Schaufel auch schon kaputt, die erste, deswegen... Die ist ja auch fast kaputt. Da würde die Pyramide nämlich auch gerne mal weitermachen. Es wird ja auch langsam Zeit hin, mit einem Sand braut dafür. Eine Menge. Diese Menge würde nicht reichen. Kurz mal atmen. Ich nehme jetzt mal alle Sand mit. Das ist doch bestimmt noch mehr Sand. Oh, was ist das denn da unten in der Höhle? Ich werde jetzt kurz mal runter gehen. Eisen schon mal. Keine wirkliche große Höhle. Hat mich ein bisschen enttäuscht, aber da oben ist Eisen. Eisen nehme ich natürlich mit. Jetzt gehe ich mal hier in den unterirdischen Weg wieder hoch. Jetzt bin ich jetzt wieder an der Oberfläche angekommen. Hier geht das sonstige Gebiet einfach weiter. Ich muss sonst immer mal... Nachdem die Nacht vorbei ist, gehe ich dann in die Richtung. Ich glaube auch nicht, warum ich jetzt den Baum abholze. Hier darf ich noch ein bisschen mehr Eichenholz weg hier. Da steht noch ein Akazienbaum. Da wachsen ja hier in meiner Gegend normal nicht. Hier ist Sand. Jetzt ist schon die nächste Schaufel kaputt gegangen. Da habe ich hier noch den Sand weg. Wäre auch egal, wenn ich hier in die Nacht gehen würde. Hauptsache ich komme bei der Pyramide mal endlich weiter. Die ist nämlich so, weil ich meine Priorität zu weit unten gelegen. Jetzt muss ich die mal ein bisschen nacharbeiten, dass irgendwann mal die ganze Bodenfläche aus Sandsteinen besteht. Da hatte ich einfach, auch wenn ich in der Wüste war, mal ein bisschen Sandstein mitgenommen. Ich muss einfach mal ein bisschen mehr Sand abgraben, um den Sandstein daraus zu kriegen. Da ist noch ein bisschen Sand. Es ist jetzt dunkel. Ich glaube, es ist manchmal die Nacht durch. Aber solange die Schaufel noch hält, mache ich zumindest. Die Pyramide sieht man ja da hinten. Ich hoffe, ich werde da auch nicht mehr lange. Ich gehe auch relativ schnell weg, so eine Eisenschaufel. Hier alles abgraben, 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 abgraben. Jetzt muss ich den See jetzt mal kurz voll stoppen, sage ich mal. Damit sie das Wasser wegkommt. Das ist gerade die Nacht angebrochen. Hier ist es ein Sichel-Mod. Ich glaube, der nimmt in dem Fall zu. Obwohl das normalerweise ein abnehmender Sichel wäre. In der normalen, realen Welt, wie die Mond quasi da jetzt ist, ein abnehmender Sichel. Was Minecraft glaube ich umgekehrt ist. Vielleicht ein Fakt für Spark of Phoenix. Dass sie so mit dem Mond ist. Dass die Hasen andersrum sind, als man sie kennt. Oder die sind so wie auf der Südhackkugel zumindest. Wie sieht der Mond auf der Südhackkugel aus, das zunehmende Sichel. Genau andersherum. Ich kann die sonst auch mit Stellarium zeigen als Video. Und das ist die Schaufel auch kaputt. Aber es wird immer noch ein bisschen näher graben hier. Es wird immer die Grablust, ja. Und jetzt verfliegt die Lust. Der Sichel steckt ja auch. Monster-Spawn nennen wir. Ich möchte diese Baby-Zombie hier. Baby. Baby-Zombies. Diesen Gun-Cowler will ich auch gerne noch haben. Die Kühe brauche ich ja nicht schlachten. Ich züchte die ja. Da ist noch ein Skelett. Da ist noch einer. Noch ein Skelett. Jetzt gebe ich auch die Nahrung schnell weg. Monster-Jagd. Das ist ein hessischer Krater, den muss ich gerne weg haben. Wir bauen ihn nun so zu. Da kommt kein Monster. Das ist einigermaßen natürlich, wie der aussieht hier. So, sag ich das mal. Das verbraucht auch viel Hunger. Mit Monstern zu kämpfen. Hier ist er immerhin auch wieder. Diese Nacht sage ich mal als Monster-Kämpfer nachts hier. Ich brauche nicht zurückgeschleudert. Hier sind sogar zwei. Ich schaue mich manchmal gar nicht an hier. Weil ich gehe so auf Knochen-Jagd. Es sind so viele Kühe, das ist ja unnormal. Und warum sind die hier alle voll mit Kühen? Vielleicht noch eine Kuh. Also hier ist keine Ausleuchtung. Sonst hier noch ein bisschen mehr Ausleuchtung machen. Damit ich auch noch nichts mehr spawnen kann. So sage ich das mal. Aber sie ist schon ganz schön umgebaut hier, die Gegend. Im Haus haben wir eine relativ hohe Säule. Und das ist jetzt fast komplett gewachsen. Das ist jetzt auch fast komplett. Also schon Mitternacht. Sind hier auch eventuell Slimes gespawn? Haben sie nämlich manchmal auch. Vielleicht sogar in der Höhle hier unten. Moment ist ja nur Mondsichel. Wir würden hier aber nicht so wahrscheinlich spawnen. Aber hier in der Höhle waren Slimes, als ich hier die gefunden habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sind gewachsen. Das heißt, ich kann jetzt... Dann, ich hab keinen... Dann hab ich denn hier die drei Knochen, können die weg. Dann 33 Stück hab ich schon. Dann, oder liegt hier drin ne? 2, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10. hier liegt auch noch mal 17 Sand. Da kann ich ja immerhin ein Stack schon mal herstellen. Aber den packe ich erstmal wieder rein hier. Sand kommt erstmal wieder weg. 16 Pfeile, die nicht mitschmelden den Bogen. Und jetzt möchte ich den Rest der Nacht erstmal wieder schlafen. Und dann noch mal kurz mit der Pyramidie ein bisschen weitermachen. Also das mit dem Hardcore schon mal auf 50 Abonnenten, habe ich das verschoben. Hardcore bei 50 Abonnenten kommt. Die Minecraft Hardcore fang ich dann an. Die Minecraft Hardcore fang ich dann an. Kurze Verbrechung. Na, ist gerade der Hund schon wieder am bellen. Ihr hört schon, wir hoffen ihn nicht so perfekt zum Video. Aber so sieht die Pyramide aus und der sieht grafisch aus dem aus. Aber ich werde es noch nicht weitermachen. Das lohnt sich noch nicht. Ich habe einfach noch nicht genug geholt. Also sonst müsste ich einfach mal so, also erstmal würde ich da noch die Maschine eine abernten und dann würde ich vielleicht sonst in eine Wüste gehen und da jetzt mal wieder massig Sandstein holen. Und auch ein paar Stockwerke dazu packen. Und was wollte ich denn gerade? Hier ist Sandstein drinnen. Aber Sandstein wollte ich gerade nicht. Hier habe ich jetzt ein bisschen Holzkohle hergestellt. Und ich brauche nochmal... Ah, ich brauche das Weizen noch. Wo habe ich denn Weizen? Hier sind die Weizen. Hier sind 60 Stück davon. Steak, Fackel, Eisenschwert. Zwei töten und dann wieder zwei Nachts. Hier geht nicht zu. Da geht sie mit Critical Hits. Dann spare ich einfach Schwertheitbarkeit ein. Da sind jetzt wieder die beiden Kühe nachgezüchtet, oder? Ja, die haben auch keinen nachgezüchtet hier. Oder doch, da ist noch einer. Die sind nachgezüchtet jetzt. Da ist eine kleine Kuh und nur sonst noch eine. Die sind nachgezüchtet, oder? Ja, das ist eine kleine Kuh. Na, nur sonst noch eine. Das ist eine kleine Kuh. Jetzt können wir das Weizen wieder rein. Das können wir da rein. Fruchstein. Fruchstein. Das ist ein bisschen so. Fichtenholz. So was sind das? Hier. Eichenholz. Hier. Hier. Hier sind noch 51 Schwarz Eichenholz. Hier ist auch an der Schleife noch nicht. Hier Eisenbahnen, hier kann ich die hier reinpacken. Eingesetzt und fackelt. Wollt ihr, wenn ihr die Schleife weiter mitnehmen könnt? Ja. Dann Stein. Und Pyramide. Jetzt geht der Pyramide weiter. Ich wollte in dem Park ja noch zumindest das mit der Pyramide weitermachen, habe ich gesagt. Aber es lohnt sich das noch nicht. Ich habe vergessen eine Schaufel zu holen, aber ich würde erstmal hier etwa 64 Blöcke abgraben. 5, 6, 7, 8, 9. Ich würde erstmal hier so fackeln, sind sie einfach dazu da, damit wir hier keine Monsters spawnen. Dann werde ich anschließend erstmal neu anordnen, würde ich sonst hier, sag ich meine Wohnung hier die Pyramide umverlegen würde. Die steht ja schon seit Park 15, wenn man sie sieht. Für Park 10 habe ich begonnen sie zu bauen und 15 ist das Pyramide fertig und jetzt bei Park 14 ist die eigentliche Pyramide immer noch nicht fertig. Da muss ich ja unbedingt mal zusehen, dass die Pyramide mal fertig wird. Ich glaube zu Park 15 werden wir davon nicht schaffen. Könnte vielleicht bis Park 60 über 70 dauern. Ob die Pyramide so fertig ist. Da wird komplett fertig, auch mit Stockwerken. Und dass wir dann wirklich mal hier 2, 3, 4 Stockwerke reinpacken könnten, oder 5. Und das 5. Stockwerke soll da oben auch eine Aussichtsplattform haben. Ich bin jetzt bis hier. Ich kann natürlich die Fackel wieder weggenommen. Ich muss sie wieder setzen. Oh, was hat der da denn so gemacht? Ah, den hat der ja schon gesetzt, aber wollte man nicht sehen. Jetzt erstmal kommt der Sandstein dahin. Das sieht einfach schön aus hier. Sandstein hinzusetzen, aber jetzt ist der schon wieder aufgebraucht. Also ich muss mal ein bisschen mehr Sandstein fahren. Ich werde den Part schon gleich beenden, weil ich ja bei 20 Minuten wieder bin. Und ich werde wahrscheinlich den nächsten Part, also Ende des kommenden Parts, werde ich hier wahrscheinlich die alte Maschine wieder abernten lassen. Obwohl, äh, hier ist ja das meiste ja schon gewachsen. Deswegen werde ich das abernten. Das sind so um die 200 Stück, also 200 Weizen bekommt man damit durchschnittlich. Und ich kann da einfach drangestellt werden. Minecraft kann da erstmal drangestellt werden. Wer noch kurz sehen will, dass das hier ist, das geht hier jetzt mal runter. Ja. Vor zwei Parts habe ich das gemacht, hier mit der Schienenverlegung. Hier ist die Mine. Und wir fangen jetzt auch an, jetzt hier zu graben. Mache jetzt hier auch nochmal, um die Spitze dafür noch ein bisschen loszuwerden. Ich will die jetzt hier zumindest unten noch aufbrauchen, bevor ich den Part beende. Uh, Lavasee. Da ist Gold, da ist der Zombie da. Den Zombie werde ich in dem Part noch machen und dann werde ich den Part beenden. den ich den Zombie erledigt habe. Spitzhacke kaputt. Kein Problem, ich hab nur eine. Redstone, ach, kann ich nicht abbauen. Ich kann das jetzt schon nicht bauen. Klar komme ich nicht in diese Ecke. Ich muss sonst den Redstone, will ich aber nicht wieder Steinspitzhacke abbauen. Lass mich immer auf den Weg drumherum bauen. Da schwimmt der Zombie. Das ist aber was auf der Hand. Was läuft der jetzt auch? Oh, was sieht hier denn aus? Da werde ich den Part überenden. Warum man das euch befeiert hat, dann zeigt es. Ich zeig es mir in allen Sachen, die es gut für mich tun. Amen. 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 Amen.